So, mein kleines Dingelchen. Kleine Mütze. Machen wir doch mal gucken, ob die Mütze ein bisschen was essen möchte. Pass mal auf, was es hier gibt. Probier mal. Mh. Na, magst du die? Lecker, lecker. Ups, sie ist ans Wasser gefallen. Super machst du. Das ist jetzt aber leider die Pinkzette, die du festhältst. Warte, wir machen noch mal. So, jetzt probieren. Jawohl. Ups, der springt immer runter, wenn ich den ins Wasser halte. Achtung, noch mal. Jawohl. Jetzt hättest du ihn. Jetzt hättest du ihn. Gar nicht so einfach, ne? Komm, wir probieren noch mal. Jawohl, jetzt hättest du ihn. Na, schaffst du. So, Mütze, Maus. Ich glaube, wir leiten jetzt mal den Abend ein und du kannst dich ein bisschen entspannen, okay? Hast du ganz prima gemacht. Super, klasse, toll, Mütze. Ja. Genau, so, es ist toll. Füße funktionieren auch, ne? Prima, gut. Ich komm nachher nochmal gucken. Du kommst jetzt erstmal ein bisschen zur Ruhe, ne? Maus, du kannst doch mal den Süßbär. Okay. Wo bist du denn? Da bist du. Bis später, Mützchen. Na, mein Schatz. Ich komm gar nicht dichter. Nein, nein. Hallo, meine Süßmaus. Du kommst jetzt gleich mal ein bisschen mit rüber. Eilieweil, da sind noch ihr Zwitschappie. Genau. Da sind nämlich noch andere. Fühlst du dich vielleicht nicht so alleine? Nein, du bist jetzt nicht heute Nacht eine Seife geworden und wohnst jetzt im Badezimmer. Du bist immer noch ein Vogelpiep. Jawohl. So, Achtung. Bewegt sich gleich mal, ne? Kannst du gleich mal den Spatzkis Hallo sagen. So, Mützchen. Kami, Tippi, wo seid ihr? Da seid ihr. Ihr könnt mal jetzt ein bisschen, was seid ihr denn nun schon wieder? Da. Da. Da sind sie ein bisschen nette, lustige Sachen rumerzählen. Ja? Nebenan sitzt Mütze. Und Mütze weiß, glaube ich, noch nicht so wirklich, wo Mütze gelandet ist hier. Erzählt mal ein bisschen. Erzählt mal nette Sachen. Ja, geht gleich los mit den Würmern. Weg ist er. So, Mütze Maus. Ich quatsche mal noch nicht so viel voll, ne? Ist noch ein bisschen hektisch. Du kannst mal ein bisschen Frühstück essen, bitte. Danke. 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 Vielen Dank.